Hinter Tongfei. Vorletzter Turner ist nun Yuri Balabanov aus der Sowjetunion, der auch einige spektakuläre Teile in seiner Übung aufzuweisen hat. Der Trainer steht schon bereit. Ja, aber da liegt er auf dem Boden bei diesem Jägersalto gestreckt, einem Teil höchster Schwierigkeit. Ja, das meinte ich vorhin. Rekton ist nicht zuletzt auch deswegen für die Zuschauer so spektakulär, so interessant, weil es bei diesen Flugteilen eben auch einmal daneben geht. Und Yuri Balabanov, damit also aus dem Kreis der Medaillen Anwärter ausgeschieden, die Reihenfolge nach wie vor Tongfei eigentlich nicht mal einzuholen vor Silvio Kroll und dem Japaner Watanabe. Was macht Yuri Balabanov? Was zeigt er uns noch? Ah, und dann hängt er wieder auf der Reckstange. Er hat viel in seiner Übung drin, aber viel ist auch schief gegangen. Ein anderes Mal wird er besser zornen, ein anderes Mal wird er Gelegenheit haben, seine Kunst am Reck den Zuschauern und Kampfrichtern zu präsentieren. Schauen Sie hier, diesen verunglückten Teil aus der einheimigen Riesenfelge. Und diesen schwierigen Abgang. Sicher hat er auch mit einer Medaille gerechnet, das konnte er auch bei seiner Vornote von 9,80. Niemand weiß, warum die Wertung so lange auf sich warten lässt. Und da Balabanov ohnehin keine Chance mehr hat, vorne in den Kampf um die Medaillen einzugreifen nach dieser Übung. Die beiden Oberkampfrichter, rechts der grauhaarige Herr, Bill Rotsheim. Links fahren wir Kochi Takisawa und das ist die Wertung 8,60.